Hallo, ich bin Nicola Molle, ich bin 13 Jahre alt und ich fahre auf der Skate Factory und das ist mein Scooter Check. E-Tick Grips sind sehr weich, dann das Blunt Soul Bar. Ich dachte, dass sie schnell versiegt, tut sie aber eigentlich nicht. Vertex SIS, klemmt sehr gut, muss man nicht festziehen. E-Tick Headset, dreht super. Kubas V2 Frog, Anacuda Wheels, Lunt Packs. Dann RS2 Sharks Paddle Decks, Anacuda Wheel und nochmal ein Blunt Pack. Jetzt kommen Clips. Hallo, danke für's Zuschauen. Hier könnt ihr mit Mepple Debs sehen und hier könnt ihr an dem nächsten Mal ganz Gute abonnieren. Peace! Bis zum nächsten Mal.